Sind Sie eine super attraktive Frau? Wie kann man Ihr Herz erobern? Indem ich ein gutes Herz sehe. Also wenn ich Menschen anschaue und spüre, dass es ein gutes Herz ist, das ist die beste Möglichkeit, mein Herz zu erobern. Ist es derzeit in festen Händen? Das Herz? In seinen festen Händen auf jeden Fall immer. Und ansonsten müssen wir mal schauen, was sich da so ergibt. Alles gut, ich danke dir. Dankeschön, ja.